Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Black Ops 2, aus meiner Sicht, und Johnny. Hey Leute, mit mir. Ja. Ja, stimmt. Ist ja klar, dass du dabei bist. Ja. Ja. Ohne den Lukas Alleyks. Ja. Der ist heute scheißen gegangen. Und Leute, tut mir leid, ne? Also wenn ich Zielsucher spiele, ne? Pff, flay mich nicht zu sehr. Flay die meine Kontra, komm. Lasst alles raus, was geht. Ein paar Kommentare gehen immer. Messer. Knife Runner. Messerfotze. Wichser. Arschloch. Ein riesen Missgebot. Wie willst du den Pisser noch nennen? Pisser. Nicht gar nicht schlecht. Alter, was ist denn der für ein Ping? Ey, ich bin gerade in der Reihe, ja gerade, ja hast du nur alle drei Meter gesehen. Alter. Dieser Kaiser-Suse, ne? Der hat mich auch gerade gemacht, glaube ich. Glaube ich. Alter, ist klar. Alter. Ich muss härtere Seiten aufziehen. Okay, ich hab mal erst Kiel gemacht. Das ist eine harte Seite. Alter. Alter. Der hat mich auch mal wieder in Klasse mitmachen. Mit dem LSAT? Nein, mit dem Autosniper. Aber der Sniper ist so geil, ne? Das Ding ist so heftig geil. Jonas, du hast mich gekriegt. Ich weiß, weil das Ding so OP ist. Ja, obwohl, das verzieht dann ja auch immer. Kommt hier der Schritt genau. Alter, wir haben eine Drohne, aber ich find trotzdem keinen, ne? Wir sind schon schade. Ja, ist klar. Der Konterdrohne nähert sich. Oh. Komm her, du willst doch auch. Was du schon willst, ist das? Denn wie kann der denn tot? Alter, ich schieße auf einen, ne? Ja. Denk, der ist tot und hör doch auf. Er lebt noch. Dann kriege ich ihn dann mit einer anderen. Wäre ich mal in der ersten Zoom-Stufe geblieben, ne? Dann hätte ich den bekommen. Ich mag die eine, ne? Dann bin ich ziemlich wieder. Ja. Mhm. Die ist ja auch geil. Ich frag mich auch, was du gegen die hattest. Ich hatte die gegen die. Ich hab ne Zeit lang die Skala lieber gespielt. Zeit lang? Ja, Zeit lang. Oh nein, das war peinlich. Ich steh die ganze Zeit rum, ziel mit dem MG und dann kommt einer von unten aus zwei Metern Entfernung. Wo sind die? Wo sind die? Oh, nur acht Schuss, oder? Ach nein. Nein. Irgendwie versetze ich, ne? Okay, ich werde nicht mit Team Erster. Alter, wie schlecht ich bin, ey. 5, 5, 5, ne? Ich werde nicht mit, ey. Ich werde nicht mit dem Waffen-Stufe. mega stark präzis. Ja gut, präzis nicht wirklich. Alter, so peinlich gerade, ne? Okay, ich mach's nicht besser, indem ich mit Shotgun spiele, oder? Nee, irgendwie nicht. Geil. Egal. Oh, schade. Ich spiel nicht immer so heftig. Meistens bin ich schlechter. Ich mein's besser. Ja, ach nee. Du hast den Witz kaputt gemacht. Du hast den Witz gar nicht ausgebracht. Wie er nichts abbekommen hat. Lass mich hier... Oh, ey. Du willst hoch aufklettern, du musst nicht von fünf Leuten abgeballert, Alter. Alter. Bin ich der Orhan? Ich spiel nicht der Orhan. Was? Ich bin zu leid, da geht die Oren. Oh, shit. Oh, neun zu zehn, ey. Okay. 12 zu 13. Auch nicht besser. Alter. Die SKH-Tano, äh, ne, die A1-Tano hab ich auch. Die ist geil. Gefällt mir. Ich spiel nicht bei irgendeiner andern. Noops. Oh, ich hab die Claymore freigeschaltet. Weiß nicht, bei der... Bin ich erst bei der Sibirien-Tano. Man schaltet Claymore sub-Level 53 frei, Alter. Das ist krass. Ey, ich hab mein Wack da auf. Wo drauf? Äh, bist du noch in der Aufmacht? Ja, natürlich. Ja, sehr gut. War mir gar nicht sicher. Boah, mittlerweile bin ich auch so ein bisschen kaputt, ne? Ja, ne? Den ganzen Tag rumgegammelt. Was schon mal wie vor? Ey, von 16 Uhr bis 9 Uhr Training. Hab keinen Bock, ne? Ich hab mal von... Ja, schon mal wie fünf Stunden, Alter. Ist ja voll die Batschlinge. Ja, ist es auch. Ich dachte auch, wir hätten eher so verteilt am Tag, ne? Aber nein, mein Trainer, durch das alles sind geiler. Das gibt es. Nee. Ja, ja, mein ich ja. Morgen, übermorgen. Ja. Und danach hab ich noch so ein bisschen... Ah, hab ich zwar noch Training, aber kürzer halt. So. WTF? Alter, das ist ein kleiner Headshot gewesen, Mann. Ja, bei mir auch. Bei mir lagts ja gemein, ja. Ein bisschen. Und ich von der FPS-Anzahl. Alter. Alter, du hast den Boost. Ich bekomme einen Losrennen. Nein, nein, nein. Ich hab richtig Panik, wenn mir ein Knife Runner entgegenkommt, ne? Der hockt da einfach schon mal auf den Tisch. Der, 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 der ist... Camus, wir haben uns gerade gesehen. Nein. Oh, das war ein Luck-Shot. Scheiße, EMP. Ich will, dass Black Ops dabei rauskommt. Ja, ne? Das wär so Hammer. Ich weiß ja nicht. Ich hatte richtig Bock auf ein Neues. Ach, das war ein Feind. Wie ich jetzt den Pumpen auf der Map hinterher eile. Ja, ich auch. Ich hab auch gerade die Runner-Klasse. Die Runner-Klasse? Ja, nur Cup 40. Aber als Magazin und Vollmann. Und eine... Alter. Und eine... Ist ja eine Auto-Shotgun-Typ bei denen, ne? Alter, ich... Ich bin... Mein Spiel, ne? Das hängt so nach. Ja, das... Ich hab aber das Gefühl, der Lobby leckt auch ab und zu. Wie kann das denn Headshot gewesen sein? Alter, ich... Alter, ich hab keinen Bock mehr auf den Spast, ne? Da runtergesprungen. Jetzt geh ich ihm auf die Eier. Nö. Der spielt die Vierer-Burst-Shotgun. Kommt hier überall... Um die Ecke. Komm raus, komm raus. Hinter mir ist er. Der war hier irgendwo. Nein! Oh, Spastika! Okay. Wie fang ich jetzt auf? Warum kommt hier keiner? Da ist einer. Da, was war er? Das war er. Ja, nee, ist klar. Scheiße. Lol. Meine Mine. Juhu, ich hab Olaf gefällt. Ich hab Olaf im kurzen wieder gesehen. Ja, ich auch. Ich sehe den voll oft in der Schule. Herzhaft? Ja. Was macht der bei euch in der Schule? Keine Ahnung. Der ist ja richtig oft. Der steht immer und hüllt seine Tochter. Die kennst du doch. Ja, klar. Mit der bin ich mal pissen gefahren. Mit dem Boot. Pissen? Als wir auf der Insel waren. Weißt du, da war doch kein Klo oder so. Da konntest du nicht kacken gehen. Da konntest du pissen, aber nicht kacken. Oh. Sehr interessant, Jonas. Ja. Ja, finde ich auch. Komm, gib mal her, das Ding her. Wenn ich schon hier bin, kann ich auch meine Waffe spielen. Scheiße. Alter. Nein, ach, lass mich. Komm, Mann. Nein, da ist der Vierer-Shot. Ich wusste, der... Der kotzt richtig an. Ja, aber er hat mich erst nicht gekillt. Und dann waren aber auch noch zwei da. Die war auch sehr gut geworden. Ja, okay. Ich dachte gerade, das wäre mein MG. Boah, die hätte ich so easy einen Headshot geben können. Nein, ich spraye einfach raus. Alter, aber ich liebe die Karte. Oh, machst du sowas auch? Ja, die ist nice. Oh, meine Mine hat wen erwischt. Ach, du Scheiße. Ich habe das Gefühl, sind auch fast alle noch einen Shotgen rumgerannt, ey. Glaube ich allerdings auch. Olaf. Ich bin Olaf. Okay, die Waffe ist richtig gay. Was ist das für eine Tarnung? Und süßend? Lassen Sie mich reiten. Ja, richtig. Günter. Günter. So, das war es dann wieder. Ja. In dieser Runde CSGO. Äh, C... C-O-D. C-O-D. C-T. Ah ja, C-T war das, alles klar. Nein, C-O-D. CSGO habe ich gesagt, aber egal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.